Was ist die Fuka-Akademie eigentlich für ein Ort? Mein Name ist Mai, Mai Tokia. Was bist du eigentlich wirklich? Ich bin eine... Gime. Gime? Highly Advanced Materializing Equipment. Das ist Kagutsuchi. Das ist eine Überraschung, oder? Wer hätte gedacht, dass er dein Kind ist? Wenn du kämpfst, muss dir auch klar sein, dass du das riskierst, was dir am meisten bedeutet. Kagutsuchi! Ich muss dir gestohlen, dass du aus einem ganz anderen Grund an der Fuka-Akademie bist. Du bist hier, weil du eine Hina bist. Ich hab das nie. Ich wollte das nicht. Meistens hab ich mich sowieso im Halsopfer gesehen. Hör auf mit diesem Wahnsinn. Bitte. Das geht nicht. Wieso nicht? Weil wir unsere Kräfte für ein Ziel und für eine Überzeugung einsetzen. Ihr müsst immer alles erkunden. Fragt immer nach dem Wieso und warum. Du redest von einem Ziel und von Überzeugung? Für mich klingt das eher nach Macht. Ihr, ihr Heuchler. Ich kämpfe, weil ich... Ich weiß, das ist ein bisschen wie der Gedächtung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir das nicht. dayt! Ich weiß, das nicht. Ich weiß, was es nur gewann. Vielen Dank.